ein lichtblick für die daxianer das zeichnet sich hier im tagestart ab ihr seht dass wir haben es gestern angesprochen vielleicht ergibt sich am einen oder anderen kurs eine kerze die durchaus für eine wende durchaus gut sein könnte nämlich den sogenannten hammer und wir sehen hier etwas das tatsächlich so aussieht das ist der index jeder dax index also nicht das handelbare produkt sondern wirklich nur der anzeiger dazu wir hatten wunderbaren hammer gemacht an einer stelle wo man sagen kann naja da könnte der kurs hier tatsächlich schon drehen also gar nicht die schlechtesten voraussetzungen die daxianer deutlich weniger verschnupft wie ich jetzt aktuell bin verzeiht mir das ganze wahrscheinlich habe ich mich irgendwie auf dem weg von a nach b hier nach japan ein bisschen ja wer weiß von irgendwas anstecken lassen nichtsdestotrotz die leute im dax aktuell eigentlich mit einer ganz guten wende chance wer jetzt sagt mensch das ist doch gar nicht schlecht ja und wenn wir mal auf den dax future weil das ist wie gesagt ja der dax index wenn wir auf den dax future gucken wie das da aussieht nämlich der dax future ist ja das handelbare instrument und wenn ihr jetzt sagt naja rüdiger aber ich handel doch keine future selbst wenn ihr im cfd unterwegs seid der orientiert sich natürlich am entsprechenden dax future dann haben wir hier eine kerze die ähnlich aussieht die hat ein bisschen pinnacle weiter oben das ist nicht ganz so schön ist aber schöner wenn da gar keiner ist aber das ist durchaus noch in ordnung und die hier seht wir sind da noch drunter also für all diejenigen die einen sogenannten late entry mögen ist das was was man durchaus handeln kann ich muss mal gucken ob ich dazu gleich noch mal ein trade formuliere den ich dann sehr gerne an euch noch mal raus schicke denn es sieht ja so aus als ob man daraus etwas machen kann deshalb das mal als vorab hinweis voraus und wie gesagt mit vermutlich einer konkreten ansage wie man das ganze handeln kann kann im detail an sich mag ist natürlich gerne im index update am nachmittag wenn wir hier im intraday handel irgendwie was sehen ich gehe mal hier ganz kurz auf den fünf minuten chart macht den mal groß und wenn ihr diese bewegung hier vergleicht mit dem was wir hier hinten hatten dann würde man vielleicht zumindest mal eher feststellen dass die abwärtsseite wohl eher korrektiv ist und diese zwischen hoch wären dann zumindest meine indikation für weiter nach oben als ihr seht da hätte das schon funktioniert und ich mache euch noch mal ein beispiel wenn ihr eine relativ starke aufwärtsbewegung habt dann ein rücksetzer der idealerweise dreiwellig ist a b c dann noch tief genug fällt dann messe den tiefsten punkt zum höchsten punkt dabei sollte dieser rücksetzer gerne in den bereich 38 50 61 8 gehen dann sind das mögliche einstiegsfaktoren zugegeben der ist jetzt wenig attraktiv gewesen denn der ist heute morgen um fünf uhr oder sechs uhr getriggert worden das ist für die meisten dann nicht die zeit wo man sehr gerne schon auf die chart guckt aber mir geht es nicht so sehr darum hey müsstet ihr alle handeln ich mache euch alle reich sondern es geht mir darum dass ihr dieses verhaltensmuster so häufig seht dass ihr sagt ich sehe es frühzeitig wenn sich das auftut habe ich schon mal ein ganz gutes gefühl mensch klasse aufwärtsbewegung jetzt bräuchten wir dreiwellig in die kiste wenn das so aussieht jetzt kann ich das quasi erkennen das sieht schon dreiwellig in die kiste aus trigger ist das zwischen hoch ihr könntet euch vorbereiten wie gesagt 6 uhr und jetzt rückwirkend ist das alles einfach aber dieses verhaltensmuster ist das was ich euch auf verschiedenen zeitebenen immer wieder gerne zeige und was eine möglichkeit bietet das eben auch sinnvoll immer wieder umzusetzen so jetzt haben wir historie gemacht das war die einfache übung jetzt gucken wir mal wie es aktuell aussieht im fünf minuten chart na 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 finde ich alles doof wenn ihr jetzt sagt naja aber hier finde ich es nicht deutlich richtig ich auch nicht wenn ich es nicht deutlich finde mache ich was nix also zumindest nicht in diesem markt also da würde ich jetzt aktuell fühle ich mich überhaupt nicht berufen irgendwas zu tun hat nichts zu tun mit dieser idee die wir hier haben wenn ihr jetzt sagt aber müsste das nicht passen am schönsten ist es wenn das übereinstimmt auf den verschiedenen zeitebenen aber wir können uns hier durchaus auch vorstellen dass wir hier eine eins haben eine zwei jetzt geht das hier hoch drei vier fünf und dann gibt es hier anschließend noch mal runtergewackelt und dann sind wir wieder genau auf dem level und man hätte hier auch noch mal eine möglichkeit einzusteigen also ihr seht viele wege führen nach rom und für diejenigen die jetzt immer noch davon ausgehen wieso es gibt immer eine optimale lösung wie man das ganze macht die haben trading nicht verstanden trading geht nämlich leider auch wenn man sich das immer wünscht nicht davon aus dass wir wissen was die zukunft bringt das höre ich immer wieder dass leute sagen aber du weißt doch nicht was die zukunft bringt das ist völlig richtig ich habe keine ahnung was die zukunft bringt aber diese idee ist so typisch dass ich davon ausgehen kann dass ich einen leichten statistischen vorteil habe ich rede nicht davon dass ich hier ja ich weiß hier was passiert aber ich habe einen leichten vorteil weil zumindest mal die charttechniker gerne auf sowas aufspringen und der zweite relevante vorteil für mich als marktteilnehmer ist als händler als aktiver dass ich zum beispiel diese variante zum beispiel diese variante mit klaren stopp und zielideen versehen kann so dass ich sagen kann ich muss ja gar nicht dauerhaft richtig liegen also wenn ich hier jetzt zum beispiel den stopp hier unten drunter liege habe ich hier dieses risiko und ich weiß nicht ob ich ausgestoppt werde das kann sehr gut sein dass ich hier unten runter ausgestoppt werde ja aber das ist mein risiko wenn der markt aber jetzt wirklich dreht weil er ja wir gehen noch mal auf dax hier zurück weil der markt ja hier beim dax jetzt an einer unterstützung ist und nehmen wir mal an er läuft hier nach oben dann rede ich davon dass ich so viel vielleicht auch so viel vielleicht aber auch nur so viel auf der gewinnseite habe gegenüber irgendwie so einem verlust ich denke der versuch kann es durchaus wert sein auch wenn ich nicht weiß ob dieses einzel ereignis ja wirklich vorteilhaft ist da das ist nicht die vorhersagefähigkeit die man als händler hat sondern die gestaltungsfähigkeit die man als händler die müsste ich denn jetzt so aufbauen dass das entsprechend passt das können wir uns angucken das werde ich im trade des tages vielleicht gleich mal vorstellen dann haben wir doch dazu eine konkrete idee sogar also wenn ihr mal eine konkrete idee mit den einstiegs und aufstiegs marken haben wollt und wie wir da mit der situation umgehen dann freut euch auf den zusätzlichen hinweis dort mit den marken so jetzt habe ich eben gesagt wenn ich es hier nicht im kleinen genau erkenne was der sache ist dann gehe ich halt auf einen anderen markt gucke es mir beim amerikanischen markt beispielsweise an und wir sehen hier blöderweise also hier jetzt gestern hatten wir nicht diese kerze die ich eigentlich wollte ich hatte ja gesagt Mensch das wäre doch total klasse wenn wir hier auch so einen hammer kriegen aber bis tagesende ist der kurs noch so weit runter gekommen wir haben das nicht deshalb kann hier trotzdem doppelter boden sein das geht ja trotzdem aber das ist zumindest mal nicht jetzt von dieser seite aus etwas was ich gerne handelt sondern dann müsste ich gucken ob ich hier irgendwie was bekomme was mir wohlgefällig ist und da muss ich sagen eigentlich nicht so richtig findet ihr das attraktiv ich weiß es nicht ja also hier so ein teilstück das war mal so einigermaßen attraktiv hier aber da jetzt insgesamt also ich muss ganz ehrlich sagen alles das was ich hier sehe beim dow jones finde ich so unattraktiv dass ich im moment hier keinen trade machen möchte nochmal kurzer hinweis wer sagt hier ist doch auch so ein wendehammer nein ist es nicht sieht aber so aus ja ist aber ja noch nicht fertig diese kerze kann komplett grün bis da oben gehen die wenn er diese woche nach oben schießt der kann aber auch rot bis hier unten runter reichen wenn der markt nach unten fällt irgendjemand hatte glaube ich noch mal ein kommentar geschrieben wie ist das mit der 31.000 die ich mal programmiert habe also streng genommen ist das der bereich um diese marke das darf durchaus ein bisschen höher sein als ich wäre jetzt auch bei 32.000 ich pumpe muselig zur not fähre ich auch jetzt bei 30.000 wäre das immer noch in ordnung aber so ungefähr dieses tief was wir hatten im märz das wäre so die in etwa marke um die es dabei geht ja also 31.000 aber das ist jetzt keine konkrete marke sondern das ist die zone der hintergedanke war korrektiv runter ganz klar korrektiv hoch das ganze und dann ist es sehr typisch und realistisch wenn wir anschließend noch mal auf dieses niveau hingehen stichwort seitwärtskorrektur konkret ein flat oder vielleicht auch ein double sideways das werden wir dann sehen aber eine bewegung die so in etwa aussieht ist das denn noch im play die ist diese idee gilt immer noch selbst wenn der markt jetzt hier nochmal nach oben geht wäre das durchaus nur haben wir hier vorne eine dreiwelle dann haben wir in der mitte eine korrektur und hier hinten dreiwelle ist ein sogenanntes double zigzag warum weil wir hier vorne ein zigzag haben hier hinten eins ja das macht das dann insgesamt ich will euch nicht mit namen langweilen aber würde diese gesamtbewegung dann als double sideways dann darstellen lassen und hat ähnlich ein ziel hier tendenziell sogar eher ein bisschen tiefer aber das will ich jetzt noch nicht raushauen dass keine ahnung das wissen wir nicht aber es ist nicht untypisch dass diese art der formation sogar hinten raus noch länger ist also nicht die gleiche länge hat sondern tendenziell so ein bisschen nach unten dann in die länge gezogen wird also da würde ich sogar vielleicht dann noch tiefer eben gehen nichtsdestotrotz wenn ich hier eine unterstützung habe falls ich hier einen aufwärtsmarkt habe kann ja sein dass wir die 31.000 noch kriegen aber wenn wir hier ein longsignal haben dann ist es natürlich im index update am nachmittag erstmal eine long überlegung für den nachmittag oder die nächsten tage also viele sind immer überrascht dass ich ich habe doch dieses hier genannt jetzt erzählt er jeden tag was anderes ja weil diese updates natürlich darauf zielen wenn man denn heute wenn man denn morgen vielleicht noch oder die nächste woche aber nicht darauf zielen was passiert denn jetzt in den nächsten monaten da passiert ja jetzt nicht jeden tag so viel neues also das bild hat sich in den letzten wochen überhaupt nicht geändert seitdem wir dadurch sind ist der verdacht dass wir irgendwo da landen da ist das hoch spätestens bei diesem hoch hier das heißt wir wussten schon in der woche irgendwie am mitte august spätestens dann 20 august in der woche hatten wir gesagt es ist sehr realistisch dass das passiert also auch wenn da jetzt mal ein paar tage aufwärts sind das ändert erstmal nichts daran dass das hier dieses teilstück hier korrektiv ist und wenn das korrektiv ist ist die falsche richtung brauchen wir also noch mal eine abwärts richtung also ihr seht nicht da ins boxhorn jagen lassen dass auch jetzt selbst wenn er noch mal zwischendurch nach oben geht selbst wenn er noch mal höher gehen würde würde ich danach noch mal ausgehen von der geschichte hier was hilft mir das also jetzt von der 31.000 auszugehen ja erstmal in diesem moment gar nichts das thema ist eigentlich ich muss nur damit rechnen das heißt wenn mich das nerven würde muss ich meine absicherung so machen dass mich das überlebe oder dass ich das eben gar nicht mehr erlebe sprich enger stoppen für mein tägliches ist das egal weil ich kann nicht einfach jetzt short gehen nachher geht der blöde kurs nochmal da hoch und ich ärgere mich schwarz bzw. fettes minus auf dem konto bis der kurs dann vielleicht später wirklich runter kommt deshalb der fokus eigentlich im index update am nachmittag auf den kürzeren zeitebenen und da muss ich sagen ich weiß es nicht ich sehe es hier noch nicht so richtig also es gibt noch keinen grund hier für short aber richtig bock auf long habe ich hier ehrlich gesagt auch nicht deshalb den ziehe ich zurück also da halte ich mich im moment zurück wenn ich doch beim dax was schickes sehe dann ist das doch vielleicht eher besser dann haben wir noch mal einen blick auf den s und p der hatten wir gesetzt gestern gesagt mensch das wäre klasse wenn er diesen rücksetzer da rein macht er ist relativ steil da rein gelaufen ja also tatsächlich war der rücksetzer auch hier bis zu dieser marke allerdings ich muss gestehen ich hätte mir das so mehr oder eher gewünscht weil dann hätte ich ein klareres bild dass das die korrektur ist ja also die höhe ist passend da kann man nicht maulen aber diese abwärtsbewegung sah nicht für meinen geschmack korrektur korrektiv genug aus und deshalb ist das entsprechend nicht passend ansonsten ist der aber gar nicht so schlecht entschuldigt ihr seht husten und schnupfen na gut ob es der alte mann überlebt wir werden sehen deshalb guckt euch die nächsten tage dieser videos nochmal an könnten die letzten sein so eins zwei drei vier fünf dann bräuchten wir als nächstes eine korrektur wie sieht eine korrektur aus korrektiv wie tief ja tiefster punkt messen höchster punkt messen und müsste in diese kiste rein 38 50 61 8 ein bisschen höher ein bisschen tiefer zur not hat er alles gesehen was er muss ein bisschen tiefer wäre noch schöner aber erste möglichkeit hier wäre eine long position ab da ja warum nicht fünf weller hoch korrektiv runter mindestausmaß einstieg hier was mich so ein bisschen abhält gut noch ist er ja nicht da also erst wenn er da durch geht gehe ich long vorher nicht ich sehe nämlich noch eine zweite chance ihr seht dass das ziemlich pappermuselig hier hoch ist im fünf minuten chart also das ist etwas was nicht so schön aussieht als anstieg deshalb wäre jetzt mein wunsch auch kommen dann geht doch noch mal tiefer dann bist du auch noch mal tiefer in der zone drin dann erkennt jeder dass das hier eine schöne abwärts korrektur ist hier irgendwie in der art so was ist eine gute geschichte so sehen wir das ja ziemlich interessant gut die linie die hat er jetzt selber so weit runter gemalt die wäre jetzt eigentlich hier anhand dieser geschichte und wir haben aber nichts getriggert bis dahin ja also ihr seht dass jetzt rückwirkend noch geguckt da war bis zu dem zeitpunkt erst mal noch nichts getriggert hier gab es wieder anstieg das war wieder nachthandel da ist nichts passiert dann wieder dreiwellig runter in den bereich und anschließend ist dann der kurs auch tatsächlich auf dem weg erst mal nach oben wieder vorsicht dann ist aber natürlich nicht mehr der der einstieg sondern entweder dieser einstieg hier ja das da weil das letzte zwischen hoch war ja dann wo gott finde ich den treffe ich den da war es ungefähr das letzte also am trendkanal also ihr seht das prinzip ist immer wieder universell auf den verschiedenen zeitebenen immer wieder zu finden also ja beim dow jones entschuldigung beim s&p bin ich bullisch eingestellt warum nicht an dieser stelle wenn er hier nach oben kommt auch noch mal ein kurzer blick kein schöner hammer warum nicht gestern sah das noch so aus ihr seht die linie noch aber das hoch war in wirklichkeit da oben und das kein hammer dass ein dodgy kann durchaus eine wende sein gibt es einen zweiten tipp vielleicht gibt es noch einen morningstar hier bis morgen und dann wäre quasi das hoch dieser kerze also der heutigen kerze ein möglicher trigger für die lange seite also s&p durchaus long geeignet im grundsätzlichen prinzip bin ich da nicht dagegen und wir hatten darüber gesprochen deshalb will ich das nicht so weiter so weit ausholen nasdaq und s&p sind beides noch auf der long seite aus meiner sicht die besseren situation es zeichnet sich hier auf allen ebenen ab dementsprechend auch hier die long seite auch wenn ich hier konkret im moment keinen einstieg habe das heißt da würde ich mich jetzt im moment noch mal zurückhalten auf der suche nach long gerne auch noch mal wenn er irgendwie eine pause macht das wäre mir fast am liebsten nämlich im sinne von anstieg hoch pause 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 seitwärts korrektur die haben wir eben besprochen beim dax beim dau mit ziel hier das waren die 31.000 vorsichtig nasdaq ist natürlich nicht 31 sondern das tief was wir hier hatten ich mache es noch mal groß im fünf minuten chart das letzte zwischentief und anschließend von hier zum beispiel oder wenn so was haben dann einstiegsmöglichkeiten für die long seite also s&p und nasdaq nach wie vor auf der long seite eher passt nicht zum daumen aber was soll ich machen wenn die marktteilnehmer sich so unterschiedlich verhalten ist ja nicht meine entscheidung wir gucken als charttechniker ja nur was die machen und das sieht eben ein bisschen uneinheitlich aus trotzdem mit besten chancen eher auf der long seite ob sich bewahrheiten lässt ja vorsichtig allerdings diesen rücksetzer hier halte ich für sehr realistisch weil diese aufwärtsbewegung korrektiv aussieht ist also das falsche für den augenblick dementsprechend das natürlich auch kein schöner trigger wenn das so korrektiv hier ist insofern wer es nicht hat der kann vielleicht noch auf der diesen rücksetzer warten der hoffnung dass er dann entsprechend dreht wir werden das weiter beobachten euch jetzt erstmal alles gute toll 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 und bis zum nächsten beitrag